Kett, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu lehren, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschickt bereit. Das sind unsere Soldaten. Geben wir den Feuerschutz. Wir müssen uns nicht mehr auf den Kerzen. Behalten Sie die Fenster da im Auge. Einsatz bereit. Über diese Stellungen. Abstation voraus. Kahnemann bereit halten. Bereich gesichert. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Falten. Gute Arbeit, Anton 1. Sie erwunten gegen einen Tiger, haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kertz. Jawohl. Schönen. Sie rücken vor. Die Panzerung hat gehalten. Sie zerstört. Vor links, Schwarzer. Schwarzer zerstört. Gute Arbeit. Vorwärts. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Die Schlag sind ihre Verbände. Das spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Alter, Feuer sind sofort. Vor links, vor links. Weiter auf der Straße. Zerstören wir ihre Verteidigungen. Die Amerikaner laufen davor. Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Hahaha. Hahaha. Die Amerikaner laufen davor. Die Amerikaner laufen wir alle. Mach5 war Diaw4w3w3w3w3w4w4w3w4w4w4w3w4w6w4w4w2w4w4w4w3w4w4w3w4w6w4w0w7w4w4w6w4w4w4w4w4 Ja, dann lassen Sie eine Rolle. Gevt olmuş auf. Die Amerikaner waren alle. Sie gehen also mit 1000 Euro erwarten Verwarten, das cured und nach superficie oder。 Befehl bestätigen, Hartmann. Jawohl! Oberkommando hier, Anton 1. Befehl bestätigt. Wir rücken jetzt zum Ziel vor. Partillerie anvisieren. Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist die Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Bestätigter Trämpfer! Kein Deutschland! Bestätigter Trämpfer! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Anton 1, einzige Panzerdivision versucht, den Platz zu hüten. Sofort angreifen und abwehren. Mein Gott, das ist eine Falle. Mein Gott, Schnauze, Hartmann. Herz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Sprengen Sie sich gefälligst. Was in aller Welt ist das? Keine Ahnung, irgendein Raketenpanzer? Ich will, dass jeder Schuss hat, schnauze. Ich muss auf die Nähe, schnauze ein. Tendlich, dann an die Flöten. Sind wir, dass jeder Schuss hat. Ja, das war das. Ich kann, dass jeder Schuss hat. Ich kann, dass jeder Schuss hat. Ich bin, dass jeder Schuss hat. Ich kann, dass jeder Schuss hat. Und wenn er. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schaut mir leid, es ist ziemlich hotlich hier. Verdammt. Scheiße, die Panzerung gibt nacht. Scheiße, die Panzerung bricht. Unsere Panzerung wird schwächer. Gut, Kerz, legen Sie los. Komm schon, komm schon! Wie kommen Sie voran, Kerz? Nur noch eine Sekunde. Das Ziel ist erledigt. Hinter uns! Scheiße! Unter der Leitung, Pipeline aus! Doch, keine Treffer übernehmen wir nicht. Kommen Sie, wo für Sie aufgebildet wurden! Und dem, wir haben mit der Leitung an die K perfekte übernehmen. Also, das hier ist ein bisschen zack. Und das ist dann, wenn Sie in Ordnung, nicht in Ordnung haben. Die, die wir in Ordnung, Vielen Dank.